Schalt sie mal aus. Ich weiß, dass du das kannst. Yo! 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 Live! 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 Was ist denn die LLDS, Alter? Hey, das hab ich noch nicht gesehen bei der Tasche, aber yo! Okay, alles klar. Eine Sekunde. Nicht weglassen, okay? Nicht weglassen, okay? Bitte ist es drauf! Oida, das ist safe drauf! Das ist safe drauf! Ja, Frau Schlauco, ich weiß, dass du es wieder eingrenkst, okay? Ich weiß, dass du da bist. Was ist denn jetzt, Frau Schlauco? Ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir wieder einmal probieren, Kontakt mit der Gastarbeit aufzunehmen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt das und ich merke auch, dass es euch gefällt. Ich habe wieder einmal EVP, K2M und das Licht da. Das Licht werde ich da noch ein bisschen probieren herumzuspielen, damit es dann funktioniert. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt auch nochmal den TikTok-Livestream starten. Womit auch sehr viele andere Leute da wirklich live zu sind. Wenn du live dabei sein willst, dann komm auf TikTok vorbei. Da ist auf jeden Fall der Link zu meinem TikTok. Viel Spaß! Checkt auch auf jeden Fall meinen Merch-Shop aus. Ja, da gibt es auf jeden Fall richtig geile Sachen. Ich hoffe, euch gefällt das und dann schaut mal vorbei. Auf jeden Fall, wir fangen direkt einmal an. Let's go! Oh, das ist ein Blödsinn mit einer kleinen Taschenlampe. Ich habe doch nicht mal irgendwen zu mir gerufen. Wenn irgendeine Person da ist, dann probiere mal die Taschenlampe auszuschalten. Du bringst sie ja schon zum Flickern wie wahnsinnig. Schalt sie mal aus. Ich weiß, dass du das kannst. Schaffst du? Boah! Das Flickert echt krass, ok? Yo! 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 Live! Live! Hey! Schweig im Live! Schau, 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 schau! Im Live! Ey, was ist denn jetzt falsch? Was ist mit den LEDs, Alter? Was ist mit den LEDs, Alter? Was ist mit den LEDs, Alter? Was? Hey! Das habe ich noch nie gesehen bei der Taschenlampe, aber ja! Ok, alles klar. Jesus, Alter! Ok, freut mich. Eine Sekunde, sorry, ja? Eine Sekunde. Nicht weglaufen, ok? Nicht weglaufen, ok? Wo? Oh! Oh! Bitte ist es drauf! Oida, das ist safe drauf! Das ist safe drauf auf der fucking Kamera! Kann das sein, dass du die von der Taschenlampe nimmst? Kann das sein? Weil du lasst die End-LEDs nur innen drinnen brennen. Kann das sein? Nein! Sorry, ja? Aber schau dir das an! Das sind einfach nur die LEDs, die die Taschenlampe ist nicht ein! Ja? Ja? Bist du schon lange bei mir? Wenn ja, dann einschalten, wenn nein, dann mal rauslassen. Hey, du schaffst das, ehrlich. Du hast das rausgenommen, die Taschenlampe, und ich weiß, dass du es wieder einbringst. Ich weiß, dass du da bist. Was ist denn jetzt falsch? Was war denn das jetzt? Jo, was war denn das jetzt, Mann? Jetzt sieht sie komplett aus! Jetzt sieht sie komplett aus! Oha! Oh, ey, da! Tschüsses, hoi! What?! Okay, das ist nicht sein. Das ist absolut nicht sein. Absolut krass. Feier ich extrem. Danke, na? Danke, Fanfrey! Du bist nicht lange hier. Du bist jetzt vor kurzem nicht hergekommen. Jo, ich hab' nicht hingeschaut! Ich hab' nicht hingeschaut! Und ich hab' kurz weggeschaut, und es ist blöd drin! Ey, Jesus Christ! Jetzt ist es einfach passiert. Ich hab's kein Gespür vorhin. Kann das sein? Du hast jetzt gerade rechts hinter mir kurz raus? Ja! Ja! Hast Du das Gefühl? Hohohohohohoho! Ja! Ja! Nice! Danke, Mann! Danke, danke, danke! Fertig, ne? Das ist nice! Ich hab' dich gesehen, wie dein Schatten, dein halber Schatten oder dein durchsichtiger Schatten eben bei mir so vorbeigezogen ist. Also so quasi hinter mich vorbeigezogen ist. Ich hatte es gesehen. Wow! Das ist interessant, wow! Ja, cool. Ich weiß, dass du sie ganz für eine Entscheidung bekommst. So zuvor noch schon. Ich beurte eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Du brauchst dir auch keine Sorgen machen wegen Kameras oder so. Weil die tun ja nichts. Die würden dir nicht Energie brauchen, sondern die würden dir die geben. Okay, nice. Danke. Auf jeden Fall. Also vielleicht war das jetzt ich, weil das jetzt war mal. Ne. Ne, siehst ihr? Nein, ich. Okay, freut mich. Danke. Nur dass man es auch gesehen hat, ich habe gerade meine Füße drauf getan und genau in dem Zeitpunkt ist sie ein und aus gegangen, aber schau, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe nur gerade meinen Fuß gehoben. Ich habe ihn jetzt runter. Schau. Ne. Ne, 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 ne. Schau. Kannst du verstehen? Okay. 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 Ja, schön. Schön. Okay. Ich nehme Synergie von der Kamera. Kann das sein? Yes. Okay. Nice. Freut mich. Kannst gerne nehmen. Alles cool. Ja. Alles cool. Mach mal ein Countdown. Kann ich einen Countdown mit dir machen. Das ist ja gut. Okay. Alles cool. Also ich. Okay. Wenn ich bei jetzt bin, dann schaltet sie ein. Okay. Nur wenn ich bei jetzt bin. Okay. Also ich gehe von da herunter und dann bei jetzt schaltet sie sich ein. Okay. Geht das? Ich schalte die Taschen an deine Hände. Okay. Mach mal so. Okay. Das ist jetzt ziemlich in der Sinne. Jo. Okay. Ich war eigentlich noch nicht so weit, okay. Du machst die Taschenwand giờ? Ja.ślę. ja. Interessant. Du bist dir glaub ich dem Meist´n bewusst. Vielleicht tut es dir auch leid. Ich weiß es nicht. Aber du kannst auch noch zu einem guten werden. Das ist alles deine eigene Entscheidung. Ich versch-breche dir, mit allem was ich habe, mit allem, dass es auf der guten Seite besser ist, als wie hier, wo du gerade bist. Okay? Ich verspreche es dir. Mit allem was ich habe. Okay. Aus irgendeinem Grund, das weiß ich, ich weiß, dass du nicht Schlechtes willst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat dir leid getan, oder? Irgendwo. Du hast nur einfach Energie gestorben, als von ihm. Das hat dir leid getan. Das weiß ich. Irgendwo hat es dir leid getan. Wie schon gesagt. Wechsel auf die bessere Seite. Bitte. Ja! Komm. Ich habe es gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf Kamera habe. Also, sicher? Es bringt dir so viel mehr. Es bringt dir so viel mehr. Das sage ich Du würdest lügen, wenn du sagst, dass es nicht so ist. Setz dich einmal ganz kurz aus und wieder einschalten. Sag mal so. Vorhin. Du weißt, dass ich dir nicht Schlechtes würde, oder? Ich mache es nur, oder ich habe es nur gemacht, weil ich es müssen habe, oder? Das ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal von mir. Und ja, kauft mein Merch auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao, ciao.